Frankfurt-Würzburg A3 zwischen Frankfurter Kreuz und Offenbacher Kreuz. Stau und schlockender Verkehr. Hier extra Zeit einplanen. Darmstadt-Frankfurt, die A5 ist leider immer noch voll gesperrt zwischen Zeppelinheim und Frankfurter Kreuz. Da hat es einen Unfall mit zwei LKW gegeben. Der Rettungshubschrauber war hier schon gelandet. Der Stau vier Kilometer. Am besten fahren Sie ab dem Darmstädter Kreuz über die A67. Und wichtig dort bitte im Stau an die Rettungsgasse denken. Hannover-Kassel A7 zwischen Dreieck-Drammeltal und Hannmünden-Lutherberg. Stau und stockender Verkehr. Sie brauchen hier zehn Minuten länger. Mainz-Bingen die A60 zwischen Mainz-Weisenau und Kreuz-Mainz-Süd. Drei Kilometer Stau. Wiesbaden-Frankfurt A66 zwischen Frankfurt-Zeihelsheim und Nordwestkreuz. Stau und stockender Verkehr. Und in der Gegenrichtung A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Schiersterner-Kreuz. Stop and go. Drei Kilometer. Edelsbach-Oberosel auf der A661. Zwischen Frankfurt-Eckenheim und Frankfurt-Nieder-Eschbach-Stau. Zwei Kilometer. Hessen-Blitzer B250. Das ist die Bundesstraße, die durch Wanfried führt. Und genau im Wanfrieds-Innerort steht der Blitzer. Danke Heiko fürs Melden über die App. FFH? Das Wetter. Das Wetter heute ist ein Traum. Bis 31 Grad von Nord bis Südhessen. Gleichermaßen blauer Himmel und Sonnenschein. Morgen am Mittwoch. Am Donnerstag. Zwei Tage jetzt noch in Folge. Genauso heiß. Ab Freitag ist dann vorbei mit dem Sommer. Die Temperaturen rauschen dann deutlich nach unten. Geht Radio FFH? Wünscht dir was? Wünscht dir was? Dann kriegst du das. Also das ging ja heute Morgen in der Morningshow bei Daniel und Julia schon richtig gut los. Haben Sie es mitbekommen? Tanja aus Groß-Gerau hatte sich ihr Traumauto gewünscht. So einen alten Käfer. Als Cabrio. Das ist natürlich Wahnsinn. Und was soll ich sagen? Sie hat es sich nicht nur gewünscht, sondern...